Krustenbraten Weißt du, ich hör schon direkt... Ich hör direkt... Kirschen-Typ So, wer haben wir jetzt dabei? Ich habe Tails dabei Äh, Quiet aus Metal Gear Solid 5 Und Deadpool Surt spielt Deadpool Und ich bin Sonic Ice Sonic 06 Ganz lustig... Surt Du bist, äh, Furmite aus Rainbow Six Simon Ganz lustig, du bist nämlich Montage, wo ist dein Schild Und Dirt ist hier aus Charlotten, ich bin IQ Hallo Hallo Alter, wer ist denn hier mit so dumm rumlachen? Das ist Dirt Friss, Friss, Friss Du bist hinter dir! Nein, nein... Was macht ihr? Was macht ihr gerade? Ja, Mist, ihr habt den Fernseher Ich habe keine Fernseher gegenüber, okay, okay Aber wie funktioniert bei mir der Gorepatch noch nicht? Nichts oder so, ja... Funktioniert da auch wieder. Und wie nur bei Nahkampf... Welche Seite, sind du aufərind? Bestseite stehst du eigentlich... Ich muss mal... Ich muss mal kurz den mit dem Baseballschlecker fragen, wo er bleibt Ah ne, warte mal, du hast ne Machete genommen, ne? Ja, ich hab ne Machete gefunden. Aber bei mir hast du Kaliber noch Sonic oder Schwarzer Ritter in der Hand. Oh, toll, ne Woods haben wir jetzt auch schon. Da kommen grad welche. Ja, Charger. Ja, hab ich auch gehört. Ja, Boomer. Kein Boomer? Ein Wunder, dass es Markus nicht getroffen hat. Oh, klasse, Witch ist auch gleich in der Ecke. Das war ich nicht. Nicht anschießen. Warten. Weg da, weg da, weg da. Durchgriff! Oh yeah, Baby, Amy, der Witch entgangen. Amy, der Witch entgangen. Äh, bist du sicher, dass wir entgangen sind? Markus, nein. Das machst du allein. Allein? Charger! Au, au, au. Au. Du 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 blieb ach ich hab das miau Mantga beim Ach! Die kommen. Die kommen! !" Ah! Smoker, Smoker oben! Einmal aus Smoker gesagt. Jaa ich bin schon auf Gelb! Geil. Gelb geil. Dankeschön. Mal sehen, ein Charger, ne Horde. Ja. Für die Horde. Lass mal Pillen einschmeißen, schönen alten Herren. Blut auf dem Bildschirm. Ist das cool. Schusswaffen für Nahkampf aber auch nicht zu sein. Ach Gott. Ah, mein Gesicht. Habst du gerade eben erst gefixt? Bist du hier? Was hat denn hostes Haus? Oh, die klassische Musik. Ha, sack das so. Pick dich. Immer mal im Fenster zu. Ihre Folge läuft. Ich bin geladet. Bill, es ist vielleicht Zeit, um sich zu heilen. Das sieht genauer aus. Rechtsstange, wer will. Danke, der Baseballschläger ist noch heilig. Au, in die Tür. Arme abgeschnitten. Wir wollen keine Asylanten. So, los, vorwärts. Asylantrag abgelehnt. Heee, Tepo. Hey, Julia. Was meint ihr in meinem Land? Oh, Molli. Damn. Oh, irgendwo ist ein Hunter. Nein, 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 nein. Ich habe auch schon Jockey vorbeilatschen sehen. Operation Metro. Jockey. Ich habe selten Dinge gesehen, wie ein Jockey, der vor uns flüchtet. Sag mal, Dirt, wo rennst du eigentlich hin? Er rennt schon vor. Operation Metro. Ich habe noch einen. Schau, wo du schüttest. Viel Spaß. Wow. Ich habe Markus den Schädel. Schau. Wer will einen Basie? Hier ist einer. Ich habe schon einen, aber der sieht schick aus. Oh, der Basie! Ich bin mit den Schiff. Oh, die ist weg von hier. Aber wir sind jetzt so... OHHHHH! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, wir sind zu meiner Welt gekommen. Oh, darüber. warum lacht louis eigentlich so viel kann es mal nicht im alten sack in der fettbacke da kommt ja auch ja Hallo, wir werden drüben. Achso, ich meine, kann dann drum herumlaufen. So, wenn wir kurz sehen durften, wie Sonic sich selbst befummelt. Hohoho. Er will wieder befummelt werden. Mama? Reloading! Let me fix you, Afrika. Äh. Ja, sichere Location für ihn. Ja, ja. Komm, Leute, warten wir noch ein bisschen. Ups. Sehr sichere Location für ihn, gerade jetzt. Ja, es ist... Ähm. Nein, Mann! Oh Gott, was ist denn? Was hab ich da fast? Äh, alles. Abschlaffung. Okay, weiter. Gut, er kommt. Oh nein. Das wird dreckig, mein Junge. Hier ist auch noch ein Hunter. Ich höre ihn. Oh, ich sehe ihn. Aua. Diesmal hat er nicht mich gehabt. Nee, diesmal hat er mich gehabt. Eww. Eww. Hä hä, du kannst dir nur ne Kugel geben. Hä 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 hä. Meine! Oh, die kann man mehrmals aufheben. Juhu! Combat Rifle! Wo, wo, wo? Das hier? Gib mir die M16! Hä hä, Dillo. Ska! Also, Moment, welches Ska hat denn den Birst Modus? Laser! Ska. Nee, das ist eine Ska L. Das ist eine Dreischütze, das ist eine L. Eine H ist die, äh, Schnappschützenversion der Ska. Äh, wo sind die Deserpointer? Äh, eben zurückgehen in der anderen Seite. Danke für die Info. Weapons hier! Längst! Längst! Da bin ich, äh, ne Rohrbombe. Hab sie! Bin zwar kein Freund von dem, äh, 16 Sturmgewehr, äh, also von Ska HLs mit Sturmgewehren, aber okay. Hier ist ein, ich hör'n Hunter. Ammo hier! Oh, dann ist es ein Charger. Hört sich mehr nach nem Jockey an. Ah, er ist ein Charger. Ein Hunter ist ja auch. Okay, hier ist ein dickes Maschinengewehr. Ich wette, hier müssen wir wieder beschützen und verteidigen. Endlich hab ich ne DMR. Das ist ja die Minigun von Heavy, die Ton. Ja, beide Spiele von Verve. Go figure. Denk dran, die überhitzt. Oh, sie läuft jetzt so schön in Rot. Alter, was hast du getan? Ich hab'n gemacht. Marsch, was hat die? Ich hab'n gemacht. Ich hab'n gemacht. Ich hab'n gemacht. Will der da ne Rohrbande? Äh, ja. Ja, ich hab' eine. Meins, 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 meins. Aua, hinter dir. Okay. Spitter. Spitter. Okay, no shit hier. Warte, gekotzt. Hm. Wo sind die Pillen? Pils! Ich hab'n hier welche. Alter. DMR. Geilste Waffe ever. Incoming! Oh, ammo. Dirt, kommst du? Ja, gleich. gì? Ich hab'n schuld上 auch, hier ist wieder eine Witch. Witch... Witch! Witch... Warum lacht Francis in etwa so? Luaiz? Àdah, wir anfangen... Erstmal! Erste Hilfe-Kid! Hier, bei mir ist der erste Hilfe-Kid! Ich hab ihn geholfen, was du brauchen! Ja, jetzt brauchen wir's auf jeden Fall! Oh, Sonic hilft Tails auf! Warte! So wie es gehört! So, hier wo ich stehe! Ich hab'n Helikopter gehört! Und ich hör'n Jockey! Da! 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 Er hat's! Ich nicht! Ja! Bitte hauen! Bitte hauen! Bäm! 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 Oh, der Jockey ist weg! Oh nein! Der wollte schon mal sehen, wie Dio sich über Sonic hermacht, da bitteschön! Bäm! Aua! Ich bin da! Hallo, ich lieg' hier! Da! Aua! Au! Aua! 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 Exit! 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 Ich bin draußen! Bin ich schon lange! Hey, da ist bestimmt ein Schutzraum! Wenn man vom Teufel spricht! Simon! Das war ich nicht! Ich bin nicht aufm Auto geklettert! Ist euch behindert? Ich veransich mich gerade! Tütsu! 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 Der war so behindert, den Scheiß-Decker zu machen! Tütsch! Tütsu! Ja, der Tütsu! Ja, der Tütts Kai hat mich in die Gegend geschoben. Da ist man in der Regel immer, der am wenigsten Schaden macht, weil man keine Waffe in der Hand haben darf. Tütsu! Lecker! Vielen Dank.